Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EU2KTV zu einer neuen Folge vom FIFA 17 Karriere Modus, wo heute das Hinspiel im Viertelfinale gegen Arsenal in London steht. Wir haben zuerst ein Auswärtsspiel, allerdings bin ich etwas skeptisch, was das Spiel heute betrifft, denn wir sind arg, äh, joa, fitnessmäßig angeschlagen. Können wir mal wieder in dem Trikot spielen. Denn das Spiel gegen die Bayern hat natürlich viel Kraft gekostet und dann haben wir die ganzen Verletzten, Castro, Reus, Dembélé und deswegen heute absolute Notelf. Also, wenn ich nicht müsste, würde ich die Spieler so gar nicht spielen lassen. Aber wir haben ja leider keine andere Wahl. Jo, und da sind wir im Emirates Stadium. Jünger Königsklasse, dem Champions Cup, das heißt Fußball auf ganz hohem Niveau. Ja, du wärst in diesem hochklassigen Wettbewerb so weit gebracht hat, der gehört natürlich zu der Creme de la Creme in Europa. London und Borussia Dortmund. Das ist eine besondere Geschichte. Nicht nur wegen dem Jahr des Finals 2013. Auch dem heutigen Gegner, dem FC Arsenal, sind die Borussen in den letzten Jahren häufiger begegnet. Korrekt und zumeist handelte es sich um enge Spiele, mit denen dann am Ende Kleinigkeiten den Vorschlag gegeben haben. Der Özil. Oh, der Bellarabi. Mit der verpflichtet in der Winterpause. Besonders nach dem Erfolg im letzten Auswärtsspiel, als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Da konnten sie überzeugen, gewandt am Ende, 3 zu 1, aber, Achtung, Floske, neuer Tag, neue Spiel. Dieser Gegner dürfte ihn wieder mehr abverlangen. Nun, den Bellarimustafi, Koscierni, Monreal, Elneni. Also, schnell hier weg. Okay. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Der Arsendwanger. Das ist so geil, dass man hier die Träne aus der Premier League sieht. Ich hoffe, das wird es irgendwann noch mit der Bundesliga geben. Und so tritt der BVB heute also an. Schauen wir noch auf die andere Seite. Könnte ein offensives Spiel werden, Buschi. Ja, das stimmt, Wolf. Zumindest deuten das beide Formationen an. Sie spielen ebenfalls im FIFA 5. Jo, Sven Bender als Sechser. Julian Weigel können wir absolut nicht. Also, den können wir wirklich nicht einsetzen. Der hat eine verdammt miese Fitness. Aber ich denke mal, es liegt auch in seinem Gesamtrating. Boah, Götze, der muss liefern heute. Schwitzt schon, bevor es losgeht. Mit Alexis Sanchez dürften sie es heute auch über die Außen versuchen, oder? Ja, glaube ich schon. Sie wollen natürlich seine Schnelligkeit ausspielen. Da ist er dort ganz schwer zu halten, wenn er einmal an der Welt ist. Oh. Shinji Kagawa kann offensiv ja mehrere Positionen spielen. Wo siehst du ihn am stärksten? Reiß schon. Also für mich ist er einer, der so ein bisschen Freiraum braucht. Technisch sehr stark. Da kommt ihm offensiv sicherlich die Halbposition entgegen. Dann waren wir Schölle. Oh, shit. Ja, das gibt Einwurf. Oh, nun Götze. Schmelzer. Ah, schade. Ein paar Worte zu Sandy Garzola. Jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Aber Schmelzer klärt das richtig stark. Das können sie nur im Kollektiv auffangen. Vergara. Piszczyk. Oh. Özil. Der Özil hier. Jetzt Sanchez. Ach, die haben natürlich schon heftige Leute. Aber wenn man mal denkt, wie hoch ich gegen Manchester City gewonnen habe. Sollte eigentlich hier ein Weiterkommen möglich sein. Trotz der... Oh, was ist das denn? Warum kommt der denn nicht oben durch? Immer diese... Passieren eigentlich immer die Pässe, die man gar nicht haben will. Oh, da kann er sich den Ball holen. Oh, Mann, ey. Er holt den Ball mit der Grätsche. Ist nicht rausgerückt. Bartra, geh nach hinten. Ich will dich hier vorne nicht sehen. Hector Bellerin. Sehr gut aufgepasst. Nun Sven Bender. Der Manni. Nein. Scheiße, ich dachte, der fliegt auf den Ober. Boah. Nun Alexis Sanchez. Und Götze. Gut, dass ich in den Gang. Oh. So, natürlich kein Problem. Dann kommen wir ja so Pässe raus. Elneny jetzt. Und Giroud. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal Elneny zu entdecken. Oh, stark gemacht von... ...Ösir. ...Jürrle. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Mann. Er hat wieder der FC Arsenal am Ball. Mustafi. Das könnte eine Karte geben für Schmelzer. Freistoß gegen Dortmund. Doch nicht. Guck, klar. Also ich muss ja sagen, ich bin echt mit dem Unentschieden hier. Schon hochzufrieden. Weil mir dann natürlich ein 1-1 lieber wäre als ein 0-0. Noch geiler wäre natürlich ein 3-3. Aber ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Nacho Monreal. Jetzt Alexis Sanchez. Guck, klar. Ah, die spielen schon nicht stark. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Oh, geh hin, Bürki. Alter. Das geht, Ecke. Wieder dahin schleicht. Ist klar. Boah, so gratis. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Oh, da ist Oba. Jetzt Obermeerang. Ey, diese Pässe regen mich so auf hier heute. Was ist das denn? Und weg ist er wieder. Und Arsenal greift an. Ich muss sagen, der Karrieremodus ist echt keine Werbung fürs Spiel. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Und es spielt sich. Boah, Alter. So anders als Ultimate Team. Und ich kann es echt beurteilen, weil ich nämlich auch Ultimate Team offline spiele. Und ich habe ja einige Spiele auch bei Ultimate Team, die ich jetzt hier bei Dortmund habe. Mann, ey. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Giroud am Ball. Mesud Özil am Ball. Und nun Belarabi. Oh, das war nicht was, aber egal. So, jetzt Kargawa. Komm, haben wir auch schon einen Torschuss nach 37 Minuten? Wahrscheinlich nicht. Wüsstest du, wenn es nicht wann. Er holt den Ball. Ein richtig riskanter Querpass. Guck, klar. Nacho Monreal. Alexis Sanchez kommt am Flügel an den Ball. Bäh. Und er gewinnt den Zweikampf. Raus damit, Mann. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Was ist jetzt? Jetzt gibt es abseits hier oder was? Und Alexis Sanchez. Schmelzer. Oh, Schmelzer. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. Drei Minuten gibt es oben drauf. Götze. Ja, bloß nicht dem Ball zu viel entgegengehen, Herr Götze. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ey, ich habe eigentlich auch hier die Tricktaste gedrückt, aber macht ja nichts. Naja. Sie legen gleich auf, nachdem. Uh, Bayer-Leverkusen-Württ gegen Real Madrid. So, die erste Hälfte in dieser Viertelfinal-Partie im Champions Cup hat richtig Spaß gemacht, Bougie. Ja, stimmt, Wolf, es darf gerne so weitergehen. Ey, da kriegst du doch schon wieder einen zu viel. Was sind denn das hier für Pässe, Mann? Ja, super, Ballarabi. Ja, der ist ja auch so langsam. Was haben die denn für kurze Ecken einstudiert? Abseits. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Piszczek. Nooo. Er hat wieder der FC Arsenal am Ball. Mohamed Elneni. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Klasse gespielt, guter Steilpass. Nein! Ach, alter Schwede. Wer war denn das? Özil. Boah, den habe ich sowas von drin gesehen. Ja, sehr schön. Mann, ey. Das gibt es doch nicht. Als wäre Arsenal so deutlich besser als Manchester City. Ich habe keine Chance hier. Und wieder weg. Und wieder weg. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Oh, boah. Jawohl. 1-0, Auswärts-Tor. Das war auch geil, ey. 60 Minuten, kein Schuss aufs Tor und dann sowas. Jetzt die Wiederholung vorm Tor des BVB. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Oh, boah. Fünftes Tor in der Champions League. Jetzt kann man noch von mir aus unentschieden spielen. Jetzt ist mir das egal. Ja, egal nicht, aber... Es ist ja auf jeden Fall schon mal entspannter. Oh, Götze hat ihn. Abseits. Guter Zeitpunkt, um auszuwechseln, weil Götze ist, glaube ich, voll im Arsch. Schürrle auch. Oh Gott. Eigentlich ist die ganze Mannschaft... Was machen wir denn hier? Guerrero. Äh. Ja. Ja. Ramos können wir noch bringen. Komm, den bringen wir von Pulisic. Piszczek geht raus und dann können wir Ginter bringen. Das war's. Ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Chaka. Nun, Aaron Ramsey. Sauber vom Ball getrennt hier. So, Ramos. Jetzt Obermeer. Schmelzer. Klasse Leistungen von ihm zuletzt, der ist in der guten Verfassung. Und deshalb bietet er sich auch immer wieder an und bekommt die Bälle auch. Das kann ich gecheckt, dass ich das so weit durch war. Oh, gut abgefangen von Bänder. Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier... Ey, Kagawa, wie nimmst du denn den Ball an? 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der Schiri entscheidet auf Vorteil für Arsenal. Der Ball kommt. Ach, Birki, sauber. Ja, der war leider gespeichert. Ah, Guerrero. Da bekommt er Unterstützung. Schürrle mit der Chance. Oh, Schürrle kann nicht mehr. Das gibt einen Einwohn. Wird's jetzt gefährlich. Schürrle jetzt. Nein, was mach ich denn? Gut gemacht. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Oh, Bellarabi. Scheiße. Der ist nicht langsam, der Typ. Oh Gott. Boah. Nein. Und damit ist der Ball weg. Zwölf Minuten noch. Trennen uns hier vor der Sensation mit diesem Kader. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Jawohl, komm, Ramos setzt sich durch. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Ramos setzt sich durch. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das gibt's ja nicht. Wie sich der Ramos durchsetzt. Und Ober mit dem Doppelpack. Was für eine Ausgangssituation für's Rückspiel. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Sehr, sehr geil. Aber unfassbar. Erste Halbzeit. Sehen wir gar keinen Spatenstich. Kann man noch so sagen? Wir sehen keinen Spatenstich. Ab sofort kann man noch so sagen, wenn man's nicht sagen kann. Oder wir machen keinen Spatenstich. Boah, Birki. Eigentlich heißt hier, glaube ich, wir sehen keinen Strich in der Landschaft. Ach, ich weiß es nicht. Ich sollte aufhören mit Redewendung, wenn ich keine Ahnung hab. Ist der schön? Nein, der ist ja noch drin. Die Flanke geht zum Gegner und damit ist der Ball weg. Arsenal in der Vorwärtsbewegung. Jawohl, Guerrero. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Chaka. Und nochmal Guerrero. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Und nun Bellarabi. Der Ball kommt gut. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Und Matze Ginter. Das macht er gut. Kommt, vielleicht geht ja noch einer. Ich glaub, dann brauchen London gar nicht mehr kommen. Nach Dortmund. Nein, 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 nein. Riesenfehler. Ich dachte, die mal mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Chance verzahnt. Ich wurde gar nicht gesagt, wer morgen unser Gegner ist. Nein. Oh, Bürki, alter Spieler des Tages. Tschech ist vorne. Tschech macht jetzt schon das Tor. Weißt du, jetzt ist der Aubameyang nicht da. Aber egal. 2 zu 0 gewonnen. Was eine bockstarke Ausgangssituation fürs Rückspiel. Der Özil. Komm, das brauchen wir jetzt alles nicht. Gucken wir uns mal die Spieler des Tages an. Und die 2 zu 3 war die Torschussstatistik. Direkt aufs Tor. Spieler des Tages war Aubameyang. Warum hat der Bürki nur eine 7 zu 6 bekommen? Das ist doch lächerlich. Aber ist ja egal. Zu 0 schon wieder gewonnen. Leverkusen schlägt 2 zu 0 Real Madrid. Das ist auch mal überraschend. Ja, und wir haben morgen das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschalten würdet. Ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle raus. Würde mich wie immer freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Und ein Abo hinterlasst, wenn das noch nicht passiert ist. Wir sehen uns, hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin und ciao.